Ich habe einen Hund, der nie zu Hause bleibt. Kaum drehe ich mich um, da läuft das Unikum. Ganz einfach fort und treibt sich auf der Straße rum. Wo ist denn dieser Hund? Wo kann mein Luppi sein? Wo steckt der Vagabund? Ich könnte vermutlaut schreien. So ein verflixter Hund. Ah, da ist der Köter. Ja, kommst du hierher sofort? Er hört auf dich. Nur nicht aufs erste Wort. Na warte, ich zeige es dir. Kommst du hierher sofort? Dann läufst du wieder fort. Wo ist denn dieser Hund? Wo kann das Tier bloß sein? Wo steckt der Vagabund? Ich könnte vermutlaut schreien. So ein verflixter Hund. Ah, da ist der Köter. Ja, ich will dich nie mehr sehen. Schau mich nicht an, so keck. Das wäre nichts geschehen. Bleibst du sofort da stehen. Und rührst dich nicht vom Fleck. Oh, das Bier läuft wieder weg. So ein verflixter Hund. Oh, komm ja nicht mehr zu mir. Man geht nach Hause. Und da sitzt du wie vor der Tür.